Bei mir, Robby Williams. Robby, das letzte Mal, als ich dich getroffen habe, war es gut für dich? Ja, es war perfekt, es war ausgezeichnet. Für mich war es fantastisch. Ich liebe dich. Du rufst mich nie an, du faxt mir nie, du schickst mir keine E-Mails und du hast mir deine ewige Liebe versprochen. Was soll ich jetzt von dir halten? Du bist ein ungetreuer Geselle. Ja, gut, also so viel über das letzte Mal. Das ist vielleicht ein bisschen peinlich für mich. Reden wir über etwas völlig anderes. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, das war glaube ich im November. Was ist passiert von damals bis jetzt? Man liest viel über dich und durch welches Stadium läufst du jetzt? Tagesberichte oder eine kurze Zusammenfassung? Gut, kurze Zusammenfassung. Das Album ist rausgekommen, war nicht so gut. Ursprünglich war es nicht so gut, dann ging es sehr gut mit dem Album. Ich war auch viel auf der Bühne, die Leute haben es gemocht. Dann habe ich mich verlobt. Und jetzt bin ich hier. Was? Du hast dich verlobt? Das heißt, ich habe einen Namen gehört. Nicole, ist das richtig? Ja, sie ist ein wunderbares Mädchen. Sie ist immer noch und ihr seid immer noch verlobt? Ja. Ja, wie kann es denn sein, dass du hier bist, dass du dich quasi getrennt hast von hier? Ach, die Leute wollen Zeug schreiben, da kann ich sie nicht von abhalten. Ich weiß nicht, warum, aber dieses Gerücht ist nicht wahr. Also du kannst mir sagen, gibt es irgendeine Zeit, die geplant ist für die Hochzeit, für die Kinder, für die Zukunft? Ja, irgendwann werde ich heiraten, aber noch lange nicht. Wie war das? Ich werde auch sein Heirat, aber noch lange nicht. Das hört sich interessant an. Du bist nominiert heute Abend für den Durchstarter des Jahres. Dein Deutsch ist fantastisch, das weiß ich. Du weißt also, was Durchstarter des Jahres heißt? Nein. Was, ich bin nominiert für den Preis? Tatsächlich? Aber das ist nett. Was ist es denn? Durchstarter des Jahres. Sehr einfach. Was bedeutet es denn? Das bedeutet, dass das bisher dein Jahr war und du wirklich durchgestartet bist. Und alles ist perfekt für dich. Ist das richtig? Ja, stimmt. Verdammt, alles ist toll. Ich bin wirklich nominiert für den Preis. Wusstest du das nicht? Ja, wir sind die Ersten, die es dir gesagt haben. Denk dran, du hast zuerst auf eins live gehört. Danke, dass du es mir gesagt hast. Die Plattenfirma hat mir nicht gesagt, ey, niemand hat mir gesagt, ich bin nominiert für den Preis. Aber du wirst es. Du bist nominiert für den Preis. Also dieses Jahr bis jetzt, war das das beste Jahr? Ja, bis jetzt war es fantastisch. Bis jetzt, zu diesem Moment, diesen perfekten Moment, war es perfekt. Jawohl. Aber du hast einen kleinen Rückschlag. Ich habe gehört, du machst eine Diät. Diät? Du isst nur Sushi und du trinkst nur Mineralwasser. Zeig mir mal, dass Mineralwasser hat. Sushi und Mineralwasser. Und das ist hier eine neue Marke Mineralwasser. Sieht aus wie Bier, schmeckt wie Bier, aber es ist Mineralwasser. Na ja, Mineralwasser, das man in Dänemark als Kaltwerk nennt. Okay, was haben wir sonst noch? Was kannst du mir sonst noch sagen? Was führst du heute Abend vor? Let me entertain you. Das ist was Gutes, oder nicht? Ja, das werde ich singen. Let me entertain you. Das werde ich sehr gut singen. Und es wird euch gefallen. Gut, also dann. Robbie Williams and let me entertain you. 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 Look me up in your yellow pages. I will be a rock of ages. You see through fast in your crazy faces. Yeah. Little Boathees has lost his sheep. He crossed the pill and fell asleep. The Jewish wep of the grass is sweet. My dear. Your mind gets burned with the habits you've learned. But with a generation that's gotta be hurt. Get tired of your teachers and your schools are black. You're not gonna ruin the life of all. You're not gonna ruin the life of all. So come on. Let me entertain you. Let me entertain you. Let me entertain you. Let me entertain you. You gotta get high before you take the love Let me entertain you Let me entertain you Come on, let me entertain you Let me entertain you Come on, come on, come on, come on 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 Lass mich, Lass mich, Lass mich, Lass mich!